So, ich werde das Ganze nochmal im Vorfeld kommentieren und gebe euch dann die ungeschnittene Version. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich wenig schneide. Ich hacke das Video eigentlich immer nur in halbe Stundenparts und lege dann Musik drunter nach eigenem Gutdünken. Ansonsten schneide ich nicht, aber in diesem Fall dachte ich mir, der Schnitt ist gut an der Stelle, wo er ist. Aber ihr sollt natürlich auch die ursprüngliche Version kennen. Und von daher werde ich jetzt sehr unkommentiert das Ganze euch hier in den Anhang packen. Wenn ihr das also seht, dann seid nicht verwundert. Spätestens nächste Folge wird es dann ja auch aufgeklärt. Also ich werde euch hier nicht um den Schlaf bringen. Also wie gesagt, eigentlich musst du halt vorher ansagen. Ja, nee, nee, wir lassen das jetzt so. Passt schon, du triffst nicht. Dann macht er einfach nur den gezielten Stich. Geht's hier in den Stich, das passt. Und das schafft er. Berede ich nicht, ich gebe mir eine Trefferzone. Trefferzone, Kopf, dritte Wunde. Wie viel Schaden? Bei der dritten Kopfwunde kriegt man nochmal 246 extra. Das ist richtig, okay, erstmal kriege ich 6. Oh, ich möchte ein Chip hier vorm Rennen. Denn ich bin jetzt bei 5 und mit 246, also gucken wir erst mal was, 246 ergeben. Ja, ich möchte ein Chip hier verbrennen, um bei 1 zu bleiben. Ja, mit einem letzten Schnitt, er pariert einmal deinen Anderthalbhänder unglaublich gelenkt. Du hast hier deinen Waffenmeister gefunden. Dieser Gegner ist einfach unaufhaltsam. Du hast ihm zwar einen Schlitt ins Bein beigebracht, aber scheint ihn wenig zu stören. Ein letztes Mal gleitet dein Anderthalbhänder an seinem ausgestreckten Arm ab. Der Degen sticht nach vorne in deinen Kehlkopf. Du spürst ein ploppendes Geräusch. Du versuchst Luft zu holen. Blut füllt deine Lungen. Der Degen wird wieder rausgezogen. Du gehst ihn in die Knie und fällst nach hinten. Quiet, quiet. You are fake news. Thank you, everybody.